Hallo 96-Fans, unser Silvester-Partyspiel ist heute die Sahneschlacht mit Felix Klaus und Basti Bayer. Runde 1 Geil, Hammer. 1-0, Klaus. Was, ich war voll auseinander, wie man das steht. Eigentor. Runde 2, mir stoffelt das da alle. Klaus hat einen guten Tag erwischt, ein peinlicher Drücker. Was? Oh. Mein Drücker ist doch kaputt, das gibt's doch nicht. Hä? Das gibt's. Das ist doch kaputt, oder? Das ist ein Ding gekommen. Fuck off, ey. Fuck off, ey. Fuck off, ey. Oh. Ich muss jetzt auch mal so kommen. Ja, aber die Links ist ja auch hart für mich. Das ist komisch. Ich bin eigentlich ein Rechtsbeißer. Runde ab, oder? Bist bereit? Boah, geil. Boah, geil. Das Ding ist schon voller Sagen an meinem Schirm. Ich bin voll da jetzt. Obwohl ich früh reingestattet bin. Ja, früh gestattet bin. Ja, früh gestattet. Aber jetzt fragt man sich natürlich immer, wann hat's gelegen. Ich glaube, er hat's einfach den Dreh raus. Ja. So, letzte entscheidende Runde. Wollen wir wirklich noch mal voll ran an den Stift? Ja, mal ehrlich, das Ding. Ich bin dran. Ja. Scheiße, Alter. Boah. Ja. 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 Ich hab' nicht mehr, weil ich noch nicht mal alles gescheit gesehen habe. Ich hab' nicht mehr. Ja. Ja. Jetzt hauge perfekt. Kannst du dir. haha. Schiebung. Er sagt noch, musst du noch einmal. Ich bin verliere, Herr Fizer. Hau die Kanone. Hau auf, großer. Oh mein Gott. Beiß, weiß... Beiß, weiß. Wow. Ich hoffe, ihr habt auch so einen riesen Rutsch, wie wir mit unseren Sahnepartys hier. Ja, ich muss sagen, das kann man empfehlen, das Spiel für die Silvesterparty. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles Gute, habt eine schöne Feier, viel Spaß. Rutsch gut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.